Herzlich Willkommen bei der Kategorie von Küring 2.0 Version 2.0. Wir machen noch den Rest Düngearbeit fertig für die Mission und dann nebenbei, Hauptaufgabe ist aber unsere Aufgabe mit Mais. Hier hauen wir was hin. So, der hat Pause. Nicht lustig? Oh nein. Wieso? Warum? Gibt es denn hier schon Mais-Schnaps oder was? Wo ist er? Ich seh den nicht. Ach da. Die kann man nicht nur so hinlegen. Du solltest nicht schlafen. Der Kluge ist. Ja, hier machen wir die Fruchtverstörung aus. Das ist, auf Fehler sehe ich nicht ein, dass wir auf dem Fall verzichten müssen. So. Fruchtverstörung. Aus. Zurück. Insofern. Für Dummheit dürfen wir ja nicht leiden. Das heißt, das haben wir noch nicht gemacht. Gut, da kann man wenigstens noch nicht rum. Also bei Fruchtverstörung ist alles im Arsch. Lassen wir jetzt mal so bis zum Erntemais-Ende. Wenn die Technik nicht so funktioniert, dann können wir ja nichts dafür. Ich könnte auch einen Gras-Sammelwagen nehmen zum Rauch-Sammeln. Den habe ich ja auch noch. Dann können wir das Zeug gleich reinfahren im Silo. Das geht auch noch. Oh. Oh. Das war aber auch früher ein bisschen einfacher, weil, äh. Weil jetzt machen wir ja manuell abladen. Und beim Früher war das so, beim Trecker ging es los, ne. Heute ist es ein bisschen anders. Von daher ist es ein bisschen komplizierter für Kursblick. Denke ich mal. So stelle ich mir das vor. Aber wie es genau sein könnte, weiß ich auch nicht. Äh. Hab ich den Kurs gelöscht? Ja, klar. Das ist jetzt über entfernt. Um die Ecke. Gut. Wie ist die hier eingestellt nochmal? Eigentlich perfekt. Gut. Gut. Das war mal so. Ob es hilft, ist die andere Frage. Gut, weiß ich jetzt nicht. Sollte das mal allein fahren. Die müssen wir teilen. Wir haben ein bisschen Berge drauf. Gut. Ein bisschen leichter ist schon geworden mit diesem Gerät hier. Aber halt. Ja, du, verteiltest du davon. Wir müssen nur vorwärts fahren. Und, äh. Plus wir gehen gegen den Berg anfahren, ne. So war der ja gleich in den Berg gleich weg. Charlie, wir haben fertig. Dann können wir ja nichts fertig gehen. Charlie, mach los. Na klar, rechnliche Felder sind dann einfacher, ne. Wollen auch nicht. Weil es so nicht stimmt. Es gibt Dinge, die man, äh, dass das nicht möglich macht. Zum Beispiel. Dann kommt ein Grundstück noch nicht. Oder. Dass da eigentlich ein Fluss ist. Oder das weiß ich nicht. Dass die Felder dann nicht gerade sein können. Der hat kein Allrad. Was ja eigentlich schlecht ist für diesen Fluchtgelände. Ja, aber. Irgendwie tief hin. Irgendwie. Mal sehen, wenn wir hier entsprechend die BGH füllen können. Wenn wir nachts für nachts 500.000 bekommen oder so. Da hat sich die Aufgabe, die, die Arbeit dann schon gelohnt. So, versalten wir schon wieder alles. So, vorne nochmal hochheben. Wir nehmen unseren K700 und verdichtern ein bisschen, ne. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Der nächste Wilde. Du wirst den höchsten Ausbremsen. Was für die Optionen. 5.50 ist fertig 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 6.50 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 ist fertig Jetzt fahren sie langsam die Dioten, das hat ja nie wieder funktioniert, also wenn die Klinzer fahren, heißt es nicht gut, dann fahren wir raus und besetzen. Ist schon komisch. So, wir teilen mal schön, runter, eins, zwei, drei, selbe Spiel von vorne. Wieder anschalten, wenn er ausgeht. Aber verteilen geht gut, dann wollen wir mal zusagen. So, hier haben wir den Nachteil beim... Wir können nicht so flexibel hoch und runter machen wie beim Radladern. Dann wäre es ein bisschen noch besser. Aber gut, man soll schon nicht zufrieden sein, wenn man hat. Hier drücken wir den Reifen. Okay, auch recht gut. So, das ist kurz von Ende. So, kommen wir aus. Mal ganz kurz gucken. Ja. Bis. Bis mal gucken. So. So. Das wäre ja beim Wenden. Das tut sich schwer. Wenn ihr gerade ausfahren dürft, dann ist alles gut. Ja, ne, ne, ne. Dann läuft das nicht mehr. So, ich gehe noch ganz kurz umstellen. Da fahren wir jetzt mal ganz schnell mal die Anrichtung. Mal gucken. Ja. Mal die Sandkarte aufschauen. Richtung passt. Also passt schon mal. Wir können den Helfer auch so fahren lassen. So lange steige ich jetzt. Wirst du eigentlich besser funktionieren? Ich wüsste. Ja gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber der Feld macht immer Schwierigkeiten. Leider. Warum will es noch nie kaufen? Ich denke nur, wir haben einen Anfall der Gerucharbeit. Da werden wir im Prinzip keine Probleme haben, können wir auch verzichten. Das passt schon. Feld 40. Einsteigen. Einlassen. Kurs beenden. Dann. Feldnummero. Aber der braucht noch eine Weile. Und wir können mal Feld 40 abkassieren. Und jetzt können wir gleich mal gucken, unsere Kühen. Das wollen wir den Außenansicht machen. Danke, dass es leer ist. So. Mitration. Wir haben Wasserpumpe, das ist okay. Sauberkeit ist nicht so gut. Wir müssen mal ganz kurz Sauberkeit kümmern. Wetter bricht. Heute Nachmittag schaue. Oh. Oh. Um morgen wieder Regen. Aber dann kommt man bei zwei Tage wo trocken ist. Dann müssen wir ernten. Ein Startbaum am Ende. Das gibt noch gar nicht. Naja. Wir müssen zum Stall. Das ist ganz wichtig. Mal. Kurz mal gucken. Da sind die Kühe. Wasser können wir geben. Das ist ja kein Problem. Wasser wäre aber an sich überhaupt kein Problem, weil im Notfall würde die Pumpe reagieren. So. Von Cisen. Das war jetzt ein umdrinne. Anu. Das könnte ja nicht voller gehen. Der Jager muss aufgetankt werden. Gibt es doch gar nicht. So. Da voller gehen die auch gleich. Den lass ich den. So. 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 Die kriegen ja Futter. Jetzt werden wir das zweite Mal bekommen. Also morgen. Da fahren wir jetzt endlich raus. Okay. So. Jetzt mal. Prozent. So. Aufklappen zurück Wir machen einfach den zweiten Zoll Dann können wir ihn nicht mehr stehen lassen Gut, der nimmt auf, das ist richtig Dann fahren wir gleich Dann fahren wir weg Dann können wir auch machen Dann fahren wir Dann fahren wir gleich 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 Dann fahren wir gleich